Nummer 5. Diese Atomic-Ski-Stöcke bieten dank ihrer Aluminium-Konstruktion hohe Funktionalität, Komfort und vor allem Langlebigkeit. Sie sind mit Gummigriffen ausgestattet, die verhindern, dass sie aus der Hand rutschen, und mit Riemen, die das Greifen erleichtern, damit sie nicht aus der Hand fliegen. Sie sind für alle Arten von Pisten geeignet, mit einer mittleren Unterlegscheibe von 60 mm, die sich an alle Schneeoberflächen anpasst. Sie sind auch als Wettkampfstöcke geeignet und haben eine Gesamtlänge von 110 cm. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 4. Diese Salomon-Ski-Stöcke eignen sich dank ihres austauschbaren Tellersystems für Abfahrten und Nordic Walking in jedem Gelände und gehören zu den komplettesten und haltbarsten Stöcken auf der Liste. Sie sind leicht und bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit, da sie aus Aluminium gefertigt sind. Maximaler Griffkomfort, da die Griffe für Stabilität und Komfort sorgen, sowie ein breiter Riemen, der das Greifen erleichtert. Die Höhe der Stange beträgt 110 cm und kann an verschiedene Höhen angepasst werden. Zum Beispiel an die Höhe des Bodens. Den Link zu diesem Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3. Diese Unisex-Ski-Stöcke sind mit nur 330 Gramm pro Paar sehr leicht. Sie zeichnen sich in diesem Test durch ihre Stahlspitzen aus, die für mehr Stabilität sorgen als bei anderen Modellen. Es handelt sich um Hochleistungsski-Stöcke, da sie aus langlebigem Aluminium gefertigt sind. Sie sind in Größen von 90 bis 140 cm erhältlich, so dass sie mit verschiedenen Körpergrößen kompatibel sind, von Kindern bis zu Erwachsenen. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 2. Mit ihrem dreiteiligen Teleskop-Design bieten diese Skistöcke die Vielseitigkeit. Diese brauchen, um mit einer Handvoll Einstellungen von der Piste zum Freestyle zu wechseln. Sie sind aus Aluminium gefertigt, garantiert stabil und leicht, was Sie nicht nur bequem, sondern auch für den häufigen Gebrauch geeignet macht. Sie sind vielseitig einsetzbar, da Sie für Aktivitäten wie Wandern, Trekking oder Skitouren verwendet werden können. Sie haben einen Korkgriff und einen hochdichten Schaumstoff, wodurch sie leicht zu greifen und absolut ergonomisch sind. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1. Diese robusten Skistöcke sind aus strapazierfähigem Aluminium gefertigt und werden Sie bei all Ihren Ausflügen in den Schnee begleiten. Sie sind leicht und haben ergonomische Griffe, so dass sie leicht zu handhaben sind und einen perfekten Halt bieten. Damit Sie Ihre Skistöcke nicht verlieren, sind Sie mit Schlaufen an den Griffen versehen, um sie zu sichern. Die Hartmetallspitze sorgt für einen besseren Halt auf jeder Art von Oberfläche. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017